Hallihallo und herzlich willkommen zu Subnautica. Da sind wir wieder, hier im Wasser. Ähm, hallo? Irgendwer hier? Ach ja, ich wollte meinen Titania einsammeln. Da war ja was. Ich hab mir nämlich gerade zwischendurch... Hallo, gib mir Titan. Ich hab mir gerade zwischendurch erstmal einen Tee gemacht, damit ich gleich was zu trinken habe. Schwefel. Das brauchte ich auch irgendwo für, das weiß ich sogar. Das hab ich eben noch gelesen. So, äh, ich bräuchte... Was seid ihr denn? Ja, ich brauch... Am Anfang, ne? Das geht mir echt auf den Keks, dass du... ...im Prinzip gar nicht unter Wasser bleiben kannst, weil das... Ja. So schnell geht, dass dann ein ganzer Sauerstoff weg ist. Wuh. Äh, hier gibt's natürlich auch, ähm, sehr viel... ...größere Kreaturen, äh, die es dann später auf uns abgesehen haben. Ich hoffe, denen begegnen wir nicht so schnell. Okay. Mh-hmmm. Goldi! Schon wieder! Wie gesagt... Oh, der sieht nicht gut aus. Von dem will ich wegschwimmen. Ähm, lebe mal am Abgrund! Äh, Hilfe! Äh, bitte nicht, bitte nicht! Nein. Äh. Äh! Gott, das ist für mich erschreckt! Hallo! Ähm, hallo? Hallo? Nein! Hallo, bitte geh weg! Oh! Ähm, ich will hier weg. Ich will hier ganz schnell weg. Ah, da hinten. Ich renne, ähm... Ich schwimme irgendwie. Hilfe! Ah, da hinten. Äh. Ich hau ab. Schau aus den Grip außen. Ähm... Du, ich sehe dich! Komm hier hin und ich springe nicht um! Dann sterbe ich wahrscheinlich auch, aber... Ich springe nicht um! Das wäre jetzt so... Interessant, wenn er hier drauf springen könnte. Hallo? Nein? Bitte nicht! Ein Pirscher. Aha! Oh! Ich schneide dich auf. Ich schneide dich auf! Äh... Ich will da hoch. Ich hab Angst vor dem Ding. Hm. Ich gestehe, ähm... Wie gesagt, ich hab hier schon ein bisschen gespielt, aber da hat mich noch nichts angegriffen! So. Hm. Gut. Ich lebe noch, äh... So, halt. Medikit, ich brauche dich! Medikit, bitte hilf mir! Äh. Hilft ja gut. Gut. Was hab ich denn eben gefunden? Titan, Gold, Silbererz, dieses Schwefelzeug. Äh, was kann ich denn machen? Werkzeug... Oh, ich kann ja jetzt ein... Leuchtfackel, ja, die brauche ich wahrscheinlich nicht so... Reparaturwerkzeug! Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das könnte nämlich jetzt schon ganz gut sein. Hallo? So. Ähm, vielleicht kann ich nämlich... Ja, reparieren. Wie mach ich das denn? Ach, so mach ich das. Okay. Mit der rechten Maustaste. Dann machen wir das hier noch heile. Ähm. Was passiert hier? Ähm. Jippie! Gut. Hat bis jetzt ja gut geklappt. Kann ich damit jetzt irgendwie schwimmen gehen oder so? Ne, die bleibt wahrscheinlich immer hier oben. Ja, das Ding ist komplett voll. Ähm. Den würde ich gerne essen. Und was trinken sollte ich auch. So. Wahrscheinlich sollte ich noch was trinken. Was haben wir hier? Leuchtfackeln sind da drin. Ja, wann habe ich den Leuchtfackeln gemacht? Bin ich denn low cost? Ähm. Ich bin verwirrt. Okay. Das packen wir mal hier hin. Das Gold packen wir auch mal hier hin. Haben wir noch irgendwas Schönes, was ich hier hinpacken kann? Ach. Nehmen wir einfach den. Geologische Daten. Umgebungsscan. Wasserplatten der Kategorie 3. Sauerstoff, Stickstoff, äh, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche, äh, Biodiversität. Das ist hier natürlich super toll gemacht mit dem Ding dahinter. Sicherheits, äh, Hinweis. Ich kann Raubtiere in Leviathan-Größe beherbergen. Das sind die großen, die ich später, äh, also die ich meinte, die später noch kommen werden. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Na, supi. Planet ist außerhalb der Förderung, äh, Förderationsraums, äh, ist außerhalb des Förderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Na, danke, Leute. Eine, hm, ja, Erkundung dieser Umwelt ohne Schutzkleidung und umfangreicher Rüstung könnte das sein? Wird nicht empfohlen. Ah ja, gut. Danke. Danke, Leute. Ihr seid Helden. Ich liebe euch. Das heißt, ich brauche immer noch diese blöde Sauerstoffflasche. Und wenn mich hier gleich wieder Sachen eingreifen, dann fresse ich euch. Das Problem ist bloß, äh, dass ich jetzt so ein kleines Stück schon weiter runter muss, damit ich hier, ähm, ja, so ein bisschen Hapa kriege. Hallo? Hapa? Hapa? Oh, Hapa! Dich will ich! Bomberang! Oh! Und das müssen wir kaputt machen. Was haben wir hier? Quarz. Quarzi mit Quarz, Quarz. Ja, Leben am Abgrund, ich weiß. Tut mir leid, dass ich irgendwas getan habe. Wie gesagt, ich brauche so schnell wie möglich diese blöde Flasche. Sonst kann man eigentlich so gefühlt gar nichts machen. Hey! Da war Titan. Davon brauchen wir ein bisschen mehr. Oh, den will ich mitnehmen! Nehme ich auch mit. Was haben wir hier? Oh! Ähm, ähm, ähm... Hallo, geh weg! Oh! Hilfe! Leben am Abgrund! Dü-dü-dü-dü! Ähm, bin ich oben? Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Toll! Ich bin gestorben. Habe ich denn wenigstens noch alle Sachen, die ich... Natürlich nicht. Hass. Purer Hass. Einfach purer Hass. So schnell kann das gehen. So schnell kann man sterben. Warte. Ähm, ich suche. Auf den... Ich brauche drei Titaner für. Ich glaube, zwei hätte ich gehabt. Ich hasse euch! Und was zu essen brauche ich auch. Oh, das heißt... Wieder hinter dir wieder schwimmen. Dich mitnehmen. Ähm, ach, das waren Augen. Oh. Ja, man sieht ganz schön, äh... schlecht gerade. Das sieht auch sehr schön leuchtend aus, muss ich gestehen. Hallo! Ich probiere nach oben zu kommen. Ja, ich will nicht wieder sterben. Aber es leuchtet alles so schön. Oh, ja. Und diese Schwerme. Hallo! Ich hätte gern was davon. Hm. Davon kriege ich nichts. Toll. Dann hätte ich gern so ein... Oga! Ogi! Komm her! Nee, die kann ich nicht essen. Das weiß ich schon. Ey, Bommerang! Ich brauche dich... Hallo! Essen! Schwimmendes Essen! Ich brauche dich! So, wieder schnell nach oben. Ich kenne das Spiel doch. Und wieder rein. Ist hier... irgendwo... was... Uh, sieht das interessant aus. Das sieht aus wie... Oh, cool! Nein, ich will nicht immer diese blöden Säurepilze. Oh, leben wir am Abgrund. Und wieder runter. Ich sammle hier alles ein, ne? Und irgendwie brauche ich anscheinend gerade noch gar nichts davon. Es ist ja... super. Oh, wie schön die leuchten! Oh, oh! Das war gut, dass ich das getan habe. Ich hätte gern Licht. Was seid ihr? Ihr seid auch die Schlingpflanzen? Ja! War ja klar. Da ist der wunderschöne... Planet! Och, nö, du nicht schon wieder. Geh weg! Ich bin weg! Ich bin... Weg, weg, weg! Weißt du nicht, wohin? Dahin, am besten! Aber mit einem großen Bogen um dich rum. Bea, du fress mich! Ich will dich nicht! Nein, geh weg! Ich sehe ihn! Er verfolgt mich! Scheiße! Das ist doch alles Käse hier. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch! Ha! Ausgedreckst du! Wo auch immer du warst. Könnte es da gewesen sein? Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe es kaum. Wenn ich hier gleich die Rollladen runter mache, dann sehe ich wahrscheinlich auch wieder besser. Ja, ja, ja. Ich will nicht. Kann ich nicht irgendwie schlafen gehen? Hier so in dem Sitz oder so? Ja, das ist eine Rettungskapsel. Ah, ich kann die auch nach unten hin verlassen. Ich, ja. Gut. Hm. Gut. Fahrtfinder-Werkzeug. Ah, ja. Das kann ich jetzt machen. Ich brauche immer noch diese blöde Ding. Aber erstmal wird Essen gemacht. Frisch auf den Tisch kommt der Fisch. Fasergewebe kann ich machen. Hm. Dann machen wir doch mal Fasergewebe. Medikit! Ja! Das war wahrscheinlich nicht schlecht. Warum kann ich nicht hier auch überall was reinpacken? Ja, gut. Den würde ich gerne essen. Den würde ich auch gerne essen. Verrottend ist vielleicht nicht so gut. Kann ich den irgendwie wegschmeißen? Ja, ist schön. Noch ein Glubschi. Dann haben wir hier das da noch. Kann ich das nicht da drauf packen? Na toll. Kann man die nicht stacken? Nein, natürlich nicht. Scheiße! Hm. Hat sie nicht gesagt. Okay. Warte mal. Da muss ich mal gerade gucken. Na, wie sieht das denn aus gerade? Ach, ich bin doch doof. Ähm. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ich habe nämlich vergessen, auf die Uhr zu gucken dabei. Ja. Kann sie jetzt wieder... Oh, sieht nach Tag aus. Bist du Tag? Wie schnell das geht? Okay. Muss gestehen, ich habe ja so ein bisschen Angst, weiter runter zu schwimmen. Nicht, dass ich gleich wieder angegriffen werde. Oder, dass ich nicht passend nach oben komme. Wäre beides schlecht. Ist hier irgendwo was, was ich gebrauchen könnte? Vielleicht. Boah, diese roten Felder sind so hübsch. Ja, ich komme ja schon. Ich will doch nur Titan haben. Dann können wir länger tauchen und dann haben wir nicht so ein großes Problem mit... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Bei diesem ganzen Hin und Her. Werden wir verfolgt? Oder warum macht das hier so komische Geräusche? Oh, Kumpel. Ich gehe, ich gehe, ich gehe freiwillig. Alles gut. Was ist das? Was? Was bist du? Was bist du? Das sieht irgendwie sehr putzig aus. Das nehme ich mit. Ja, Sauerstoff. Kumpel, ich gehe. Ich gehe freiwillig. Ich gehe. Ja, ich gehe ja schon. Und zack, 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 zack. Ich kenne dich doch. Du verfolgst mich doch wieder. Da, ich sehe dich. Wie du da wegschwimmst. Mhm. Ich beobachte dich. Watching you. Ich weiß ganz genau, was du willst, hä? Ich weiß das. Du willst meine Klinge spüren. Haha. In deinen Hintern. Und da verschwindet er. Mhm. Hm. So, erst mal hier gucken. Hui. Ist das hübsch. Aber hier hängt natürlich nichts, was wir gebrauchen können. Ein Auge kann ich gebrauchen. Äh. Gib mir mal dein Auge. Okay, dann halt nicht. Da. Bitte. Ich will dich. Ja. Ich habe schon mal einmal Titan. Das ist doch schon mal was. Und reinschwimmen. Einmal Titan. Jetzt fehlt nur noch zweimal Titan. Und dann können wir schwimmen. Anständig schwimmen. Ähm. Ich gehe hier raus. Ich kenne euch schon. Ich habe keinen Bock, dass ihr explodiert. Oh. Ähm. Ich hänge fest. Ja. Ich habe es gesehen. Frau. Ich habe es gesehen. Ah. Ja, ich bin weg. Ist in Ordnung. Ich verschwinde. Ich will nichts. Die haben es aber auch echt auf mich abgesehen. Das ist nicht schlimm. Jetzt kommen die sogar schon zu zweit. Hast du dir einen Kumpel gesucht? Ähm. Ja. Ja, ich sehe dich. Blöd Mann. Oh. Wie hast du mich hier gekriegt? Hm. Ich will dich schnetzeln. Ich hasse diese Teile. Jetzt schon. Irgendwann werde ich vielleicht mehr Luft haben. Und dann... Kann ich vielleicht auch anständig vor den Weg schwimmen. Ich höre Geräusche. Geräusche sind nicht gut. Habe ich gelernt. So. Vorsicht selber. Schon mal. Zack. Wow. Das sieht so cool aus. Oh. Hier. Nein. Kupfer. Komm her. Ah. Voll. Ich habe so die Vermutung, dass ich hier erstmal weg sollte. Ja. Dich will ich mitnehmen. Warte. Ich muss das hier loswerden. Keine Ahnung. Wie. Aber Hauptsache weg damit. Tidan. Geräusche. Überall Geräusche. Ich bin paranoid geworden. Erstmal hoch. So. Dann gucken wir erstmal. Was haben wir denn hier? Wir haben zwei Titanen. Was kann ich denn loswerden? Komm. Dieses Gras werden wir erstmal los. Das verrottende Ding werden wir los. Packen wir hier runter. Blup, 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 blup. Ich brauche mehr von diesen Blasenfischen. Ich brauche mehr von diesen Blasenfischen. Das war... Das war... Oh mein Gott. Ihr habt das auch gesehen? Das ist ein riesiges Ding. Ein riesiges... Nennen wir das Monster. Das hier durchstreift. Da ist es. Da ist es. Ähm. Oh nein, der will zu uns. Oh, der auch. Ich verspinde ja schon. Alles gut. Da will ich hin. Da, 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 da. Okay. Ich merke schon, das hier wird ein bisschen länger. Ich will aber vorher dieses Titanen finden. Es tut mir leid. Oh. Ähm. Bleibt der Schrott jetzt wirklich hier liegen? Ich sehe, was du vorhast. Ja, ich sehe dich. Auch wenn du denkst, dass ich dich nicht sehe. Ich sehe dich. Und du hast wieder einen Kumpel mitgemacht. Toll. Ähm. Nein. Ich wollte dich schlagen. Nicht du mich. Hallo. Warum kann ich dich nicht mehr schlagen? Na. Toll. Ähm. Das sagt uns was? Wir sollten hier am besten weg. Schätze ich mal. Ich will doch wohl ja nur die Tahan finden. Ähm. Ich gehe mal. Gut. Wir finden Eismoor. Wir finden Eismoor. Kein Titan. Schwimmende Luftpumpe und eine Leitung. Nein, ich will aber nie. Ah, Tochflasche. Eins fehlt uns. Eins. Es ist doch nur ein Titan, was uns fehlt. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich weiß, man kann doch Dinge zu machen. Warte mal. Geh. Guck mal. Nein, 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 nein. Nein, das will ich nicht, was ich der Behälter. Die würde ich gerne machen. Da brauche ich noch mehr Titan für. Gut. Das heißt, so oder so, äh, brauchen wir jetzt ganz viel Titan. Und hier auch für unsere ganzen Sachen. Ah, okay, da brauchen wir jetzt Glas, aber hier brauchen wir überall Titan für. Das heißt... Hey, das könnte ich sogar machen. Jeppi. Ja, danke schön, danke schön. Ja, gut, ähm, das wird wohl nichts. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann hoffentlich irgendwann mal Titan gefunden habe. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.